Hey du, hey du, hey du, na, fühl dich herzlichst umarmt. Ich schicke dir ganz, ganz viel Licht und Liebe aus meinem Herzen und das ist grad so voll, das läuft über. Ich bin nämlich im Wald, ich liege an einem See, wunderschön, es ist dunkel draußen, es ist total still, ich schlafe heute hier mit dem Zelt und in diesem Video möchte ich dir von meinem kleinen Selbstversuch berichten. Ich habe mir sechs Tage lang illegal Drogen besorgt. Jetzt wirst du dir wahrscheinlich denken, was mit ihm geht. Scherzelein, was machst du? Ich wollte mal wieder recyceln, also Containern ist ja immer noch illegal und Drogen, weil es legale Drogen sind, von denen ich jetzt spreche, nämlich Getreide, vor allem Weizenmehl oder Weizen, also alles was Gluten enthält und Zucker. Und was dabei passiert ist, das werde ich dir jetzt berichten. Ich hatte die krassesten Symptome, die du vielleicht kennen wirst und dich gefragt hast, vielleicht schon, wo kommt das her, was kann das sein, kein Arzt, wenn du zum Arzt gehst, kann dir helfen, denke ich, weil ich war da früher auch. Keiner wusste so, ja, du siehst gesund aus, deine Blutwerte sind gesund, alles super, aber keiner wusste, was es ist. Heute kann ich sagen, ja, ich weiß, was es ist. Ich ernähre mich seit einem Jahr mittlerweile schleimfrei nach Arnold Eret und seit 2012 schon vegan und mir geht es so gut, mir geht es so gut, all das, wovon ich jetzt berichten werde, kenne ich nicht mehr. Ja, und ich war wirklich erschrocken, was passiert ist, wenn ich Gluten aufnehme, Zucker und, ja, in den Backwaren sind auch noch Transfette drin und es war, ja, abschreckend. Und ich kann dir wirklich empfehlen, probiere es mal aus, lass es weg, längere Zeit und sieh, was mit dir passiert. So, jetzt werde ich den Zettel rausholen, weil es ist so viel, ich muss das mir aufschreiben, meine Symptome und werde dir gleich mal ein bisschen was erzählen. So, da bin ich wieder. Also erstmal so das Innerliche. Ich war im Kopf oben. Mein ganzer Kopf, mein Gehirn war total vernebelt. Ich habe nichts gerafft, ich war total matschig im Kopf, als hätte ich, keine Ahnung, eine fette Tüte mit Tabak geraucht, so richtig platt obenrum. Meine Sinne waren total runtergefahren, die ganze Zeit. Ich war echt so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Meine Wahrnehmung war einfach runtergesetzt. Ich war ängstlich innerlich. Also es sind Ängste hochgekommen, die ich sonst nicht kenne. Leicht depressiv, alles in mir, meine Gedanken, alles war negativ, alles war schlecht und es hat mich alles runtergezogen. Dann war ich total abgeschlagen, angeschlagen, fertig, antriebslos, ich lag eigentlich nur da rum, ich hatte null Energie, ich war einfach nur halbtot. Innerlich auch so ein bisschen aggressiv, also in mir ist es so richtig hochgekocht. Dann hat es mich abhängig gemacht. Jeden Tag hat in mir so die Sucht oder vielleicht auch die Parasiten, Kandita zum Beispiel, der freut sich darüber, in mir geschrien. Und ich bin halt los und habe mir wieder was geholt. Und das Krasse ist, ich habe die ganzen guten Sachen, die ich sonst so zu mir nehme, Obst, Gemüse, Salat, Wildkräuter, all das habe ich fast zum größten Teil gestrichen. Ich musste mich echt überwinden. Also so, ich wollte es gar nicht mehr. Es hat mich innerlich auch total unruhig gemacht. Und ich habe mich, was auch nicht so meins ist, auf Diskussionen eingelassen. Also wenn ich, das ist für mich so wie so ein kleiner Krieg, wenn ich merke, dass ich anderer Meinung bin und man dann so eine Diskussion anfängt und gegeneinander bam, bam, bam und jeder will seine Meinung durchboxen, an der Stelle höre ich immer auf und sage so, hey, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Vielleicht nehme ich den noch in den Arm. Am besten, das ist das Beste, was du machen kannst. Kann ich dir sehr empfehlen. Wenn es Diskussionen gibt oder Streit irgendwas, dann hingehen, umarmen und sofort ist alles wieder runtergefahren. Ja, und das ging bei mir nicht so richtig. Also ich wurde so leicht innerlich aggressiv und diskussionsfreudig. Dann jetzt zum Körperlichen. Meine Verdauung wurde extrem langsam. Man könnte es schon fast Richtung Verstopfung deklarieren. Aber so krass war es noch nicht, aber langsamer definitiv. Mein Bauch war aufgebläht. Das, was so hinten rauskommt, die auf Deutsch gesagt Scheiße stinkt auch wie Scheiße, was ich auch nicht kenne. Die Pupse ganz genauso. Morgens, wenn ich aufgewacht bin, war mein Gesicht so richtig aufgequollen und meine Augen so richtig unten so Tränensäcke, so richtig, ja. Ich hatte Wasser in den Beinen. Ich habe abends immer so einen richtigen Druck gespürt in den Beinen. Meine Gelenke haben angefangen wehzutun, haben leicht auch geknackt. Meine Haare wurden extrem dünn und fettig. Kenne ich aber auch von früher. Und was mich extrem gestört hat, wenn du abends im Bett liegst und so die Beine aneinander hast, liegst auf der Seite und die Oberschenkel so aneinander und es fängt an zu kleben dazwischen. Vielleicht kennst du das. Und auch so die Arme am Körper, wenn es alles so klebt, das geht gar nicht. Und ich musste jeden Tag duschen. Nicht nur deswegen, auch wegen meinem Körpergeruch. Ich konnte mich selber nicht mehr riechen. Ich habe echt gestunken nach, keine Ahnung, Frittenbude, Backwaren, Shop oder richtig. Teilweise auch so wie Lösungsmittel. Total krass, was da rauskommt. Weil in diesen ganzen Backwaren, also in den ganzen Getreiden, ist ja auch ganz viel Chemie drin. Also so Pestizide, Insektizide, Chemie. Und ich weiß auch nicht wie viel. Wahrscheinlich genug. Die sind auf diesem Weg anscheinend wieder rausgekommen. Dann hatte ich am, ich glaube, fünften Tag Erkältungsbläschen auf der Zunge. Die habe ich, also all das, was ich jetzt gerade erzählt habe, hatte ich die letzten Jahre absolut gar nicht. Ich war auch null krank. Ich bin seit 2011 nicht mehr krank gewesen. Dann habe ich am sechsten Tag aufgehört damit. Die Erkältungsbläschen sind weggegangen. Und ich war auch so leicht erkältet, würde ich es nennen. Also bei mir kamen richtig Schleim aus der Nase, aus dem Hals. Meine Stimme war total belegt. Also das, was man so unter Erkältung versteht, hatte ich da auch. Das war, nachdem ich das abgesetzt habe, ich habe dann erstmal mich gereinigt innerlich. Mit einem Einlauf. Einmal Wasser und Kaffee danach. Aber grüner Kaffee, keinen gerösteten oder gerösteten Kaffee. Und danach ging es mir sofort besser. Und die Erkältung war einen Tag später wieder weg. Dann hatte ich noch so einen Druck auf der Brust. Da, wo das Herz ist. Und das hat mir schon echt so ein bisschen komisches Gefühl gegeben. Und ich sehe schlechter, wenn ich mich von solchen Sachen ernähre. Ich habe auf der Pupille sowas wie, schleim würde ich es jetzt bezeichnen, so einen richtigen Schleimfilm. Und ich sehe in die Ferne wirklich total unscharf. Ja, das waren so meine Erkenntnisse im Selbstversuch. Sechs Tage lang habe ich mir das nur gegeben. Und die meisten Menschen essen das ja täglich und ihr ganzes Leben schon. Vielleicht kennen sie diesen Zustand, von dem ich spreche, wenn ich mich jetzt nur noch von Obst, von Gemüse und von Wildkräutern ernähre. Vielleicht kennen sie ihn gar nicht und meinen, ihnen geht es gut. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute. Ich danke dir nochmal, dass du zugehört hast, dass du da bist, dass es dich gibt, dass du mich unterstützt für deine Likes, für die Kommentare unten, für alles. Danke, 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 danke. Und ja, verabschiede mich jetzt mitten im tiefen Wald am See. Vielleicht gehe ich nochmal ins Wasser, mal sehen und wünsche dir nochmal alles, alles Liebe. Ciao, ciao.